So und jetzt nehmen wir weiter auf So weiter gehts Nein, nein, ich zeige es wieder auf die andere Seite So hier ist das wieder dran bauen Das kann ich wieder schnell machen So, zack gehts rüber So, jetzt bevor So, also die zwei äh Künstlerkett wird ein bisschen definitiv Oh, was ist denn da schon wieder? Was soll denn das? Hallo, was? Hä? Was ist denn da noch? Nein, 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 nein Was soll das? Ach so, ich muss aber auf die Montage machen Und jetzt wieder montagieren Zack 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 Ja, und Zeit läuft 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 Alt Was? Wie? Wo? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Schweinehierer. Oh komm schon mal. Oh ich wusste es doch nicht. Ich wusste es noch was kommt. Habe ich doch gerade gesagt. Ich habe es euch ja gesagt. Wie? Die Zinnkirzen sind doch alle in Ordnung. Ach ne hier ist aber. Hier ist aber was ich noch mal gesagt habe. Aber herrlos gefiel. Warte warte warte. Warte warte. Okay. 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 Was? Oh nein nein nein. Okay. Ich glaube das war nicht auf dieser Seite hier. Ich werde beklopft. Ich werde so beklopft langsam. Kann nicht warten. Scheiß Mist ey. Kann ich wahrscheinlich doch wieder die ganze Seite aufreißen ey. Oh. Ich werde behämmert ey. Okay. 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 Mehr brauchen wir nicht. Nur kurz das von da. Dann ist noch irgendeine. Da muss. Hä? Ist aber jetzt sehr schlecht wenn ich mich hier finde. Katastrophe tatsächlich. Oh. Scheiße. Oh oh. Schlecht. Aber ich glaube das hilft trotzdem schon. Ja komm. Ach so. So. Und das wieder aufmachen. So. So. Das hätten wir jetzt schon mal. Perfekt. Du musst die Motorhaube. Ach du Scheiße. Oh ja. Hahaha. Jetzt habe ich auch noch die Motorhaube abgebaut. Hahaha. Ich bin ja ein Schädel. Das ist voll oder vers... Was ist denn hier? Ey. So. Oh ich dachte schon. So. Gut. Ah. Ah. Oh oh. Ich... Also jetzt reicht Endkürte. Jetzt reicht gleich Endkürte. Wo fehlt dir jetzt noch denn? Moment. Ach Quatsch. Oh Mensch. Zündspule. Einzelpunkten können und kaufen. Ich vermute... Aber wo? Welche? Hä? Hä? Sind doch alle in Ordnung. Was soll denn der Scheiß? Was ist das für Quatsch hier? Na alles in Ordnung. Hier ist gar nichts. Hä? Hä? Was soll der Blödsinn? Ist doch alles in Ordnung mit dir zu den Spuren. Ich sag mal... Was soll das jetzt? Hundertpro... Hundertprozent? 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 Die oder was? Hä? Ich verstehe nicht was der Scheißdreck jetzt soll. Ich meine ich verstehe jetzt nicht was der soll. Ist doch hä? Hä? Und da durch ist es jetzt erledig oder was? Ich weiß noch nicht mal welche zu den Spuren das ein oder die nicht in Ordnung. Was soll denn das? Oh höchste Pass. Pfff. Kloppt. So auch Karstoffe... Haben wir schon erledigt? Was ist denn das? Kurios. Nockenwelle V8. Okay haben wir auch schon erledigt. Perfekt. Das ist die Gummi-Daller-Buchse. Ich krieg die Gummi-Daller-Buchse. Ich krieg die Gummi-Daller-Buchse. Ich krieg die Krampf im Kopf. Oh das haben wir auch schon. Ach ja cool. So fangen wir hier an. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 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 sechs müssen das sein. Okay. Wollen wir mal kurz die Lupe anmachen. Mal gucken. Aha. Hier. Äh. Hier. Äh. Ja. Dann auch die. Dann auch die. Da. Gut. Schauen wir mal. Hier an. Ein bisschen schnell ist es glaube ich doch sogar geworden. Achso. So. Zack. Schraube rein. Zack. Wunderbar. Zack. Jetzt gehts doch noch eine Eau. Achso. Schraube. Das geht doch nicht so. Ne. Das geht doch nicht so. Das geht doch nicht so. Ne. Ne. und da hat man sich wahrscheinlich dafür das Auto ausgeräumt ach man ey ach komm Rad abschrauben weil ich finde irgendwie ist es nicht schneller geworden naja was weiß jetzt komm ich so halt alles klar perfekt oh what wissen wir das gleich doch geworden wirst du ey nein hagelst gleich hagelst aber endkühlt ey sag mal käse ey also jetzt ne na hier ist doch schnell geworden keine ahnung Moment 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 wir sind aber noch nicht fertig und zwar müssen wir jetzt da oh gibt's doch wohl ne ich will doch noch diese Buchse austauschen was ist das für ein schwachster Mensch das ganze Ding ausgebaut werden muss doch für so so was blödes naja zack 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 ah zwei mussten oha ja auch gutes Zeichen so zack erstmal wieder runterfahren zack so 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 und da dir ja ramrass und und neuerr moln uund ZACKIBÍ so puh ok nimm eres wach ici was ist das denn? ach du liebe Pfeilchen aber warte mal, das ganze Ding muss doch ja eigentlich er gewechselt werden kann das nein das ist ja katastrophe das Teil boah längst lecker ja das muss gewechselt werden das muss gewechselt werden, das heißt gerade einmal abbauen oh mein Ding hat auch schon das gefolter haha wie geil ich würde euch ein schicken dann zur warte was ist denn aber wieso na 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 oh Mann also du musst jetzt mal alles auseinander schrauben oder was ist ja wohl nicht zu fassen jetzt naja runter da guck mal echt das ist richtig ne ne ach kack noch nicht immer noch nicht hä hä warte aber was hab ich denn gesagt mir irgendwie ach fuck ich bin ja auch blöd im Kopf ich bin ja ein Schild oh wild also verließen kann es kein Vorteil ne Leute also ich kann doch wohl nicht weiter mit mir ja hab ich umsonnt ha 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 oh Mann hab ich da gerade umsonnt alles auseinander gebaut ey 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 was soll das hallo hallo hä was ist das für eine scheiße hier da war da war da war das war auch oh 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 mas was war das jetzt gerade! wieso hä he heh ja h Nora so viel kann ich nicht mehr sein das ist die Video auf einmal kaum ah ja, Bremsbeleger habe ich auch noch ge- oooooh so Bremsbeleger haben wir das schon mal gewechselt na, ich sehe schon hier muss der Bremsbeleger oh, die liegt nicht weg fast, ey eigentlich haben wir das ge- oooooh noch mal ge- so 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 das so das so jetzt ist es richtig jetzt müsste ich da einige Angesacker bekommen, dass das fertig ist aber bingo wie sieht das aus Gummilagabosso Gummilagabosso hab ich die denn noch vergessen Warte, Luper Hä? Wo denn? HÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Wo denn? Hä? Woho Was ist das hier? Okay Aber ich seh keine weitere Gummilagabosso Gummilagabosso Hä kurios Hä? Ich seh nix Ich find nix Ich find nix Das ist ja kurios, das hat doch alles ausgeweckt, das verstehe ich jetzt nicht. Hä? Das ist ja merkwürdig. Das ist ja kurios. Hä? Hm, ok. Komisch. Wo fehlt denn noch einer? Wo ist denn, hä? Oder habe ich irgendwo eine nicht eingebaut oder wie oder was vielleicht? Also ich weiß jetzt nicht wo eine... Hier ist es drinnen. Da, ja da ist auch drinnen. Und da. Ist hier vielleicht eine irgendwie nicht in Ordnung? Nee, sieht gut aus. Startzarten. Spiel. Also ich meine, ähm, Uhr. Hä? Nein, die sehen ja nicht alle... Sieht eigentlich alle das gut aus. Hä? Ja, aber was fehlt denn noch? Nee, hä? Guck mal. Oh. Das könnte sogar sein, tatsächlich. Doch, das ist es. Die hätte ich mich gar nicht gewächtet, fällt mir auf. Bingo, das müsste es sein. Das ist alles, warum das nicht angezeigt hat. Hä? Warum wurde mir das... Weil das war das wahrscheinlich, ne? Nein! Wo denn dann? Hä? Scheiße, habe ich dir einen Eindruck wieder gar nicht hingehört. Ich muss die wieder rausnehmen. Weil die geht woanders hin. Komm her. Du hast auch nichts zu suchen. Nicht so kurios. Äh. Scheiße. Hä? Nein, das gibt's doch gar nicht. Oh, Mann. Jetzt werde ich noch eine kaufen. Aber wo ist denn hin, die eigentlich, der hier fehlt? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich sehe nicht. Hier steckt schon einer drinne. Ich sehe jetzt, dass ich wohl noch was zu Hause ist. Das ist kurios. Warte mal kurz, was ist hier eigentlich? Ja, ist auch eine Ordnung. Hier hätte ich ja auch ausgewechselt, ja, ja. Also, irgendwo ist noch ein... Moment. Aha! Aber nicht zufällig, die, oder? Nein, es ist nicht. Das ist ja kurios. Aber wo ist das denn dann? Boah, die hab ich doch krisch reingesetzt. Hä? Das kann es doch jetzt gar nicht sein. Äh, da ist jetzt sie ja noch. Doch, da ist ja noch. Warte mal, echt, das hier kann ja sein. Das ist... Moment mal. Ja, da ist jetzt hier eine... Scheiß Mist. Oh nein. Doch nicht? Hä? Frisch vertan. Aber die kann das ja auch nicht sein. Ha. Okay, naja gut. Wie wir sagen Leute, da die Tatsche vorbei ist, machen wir beim nächsten Mal weiter. Bis dann.